Oh yeah, Elektro-Schlott! Moin ihr Pfeifen! Wir haben uns ja schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich gebe es ganz ehrlich zu, die Lust auf den Elektronik-Bastel ist im Moment... Aber es gibt immer eine Möglichkeit, mich zu motivieren. Und eine dazu haben die Kollegen von Birkling gefunden. Ihr wisst schon, hier, wo ich die ganzen Tütchen und so hier... Der Crack, die Elektronik-Händler ist, vertrauens. Die Birklinger, die haben sich nämlich bei mir gemeldet und haben gesagt, Du, Gregor, da ist doch diese Make in München. Diese Bastler-Messe-Dings da mit den ganzen Bastlern und Makern und so. Und magst du nicht mal vorbeikommen? Wir haben einen Stand. Wir laden dich auch ein. Wir machen da einen Workshop. Laden wir dich auch ein. Und da wird was gebastelt. Das ist total Knorke. Und du hast doch auch schon letztes Mal dieses lichtargelgedingse da gedünstet. Und willst du nicht vielleicht auch... Hä? Diesmal? Na? Ist doch schick. Habe ich gesagt. Ja, also... Hm. Hm. Klar. Ich meine, in erster Linie natürlich... Es ist natürlich super, wenn man Geschenke bekommt. Es ist auch super, wenn man auf eine Messe... Und den ganzen Kram. Aber der Hauptgrund, das, womit sie mich wirklich gekriegt haben... Ich wollte immer schon mal bei irgendeiner Veranstaltung, zum Beispiel bei diesem Workshop, sagen können... Hey, Alter. Ich darf rein. Mein Name steht auf der Liste. Ich also am Samstag, heute ist zeitliche Dessorientierung, Dienstag. Ich also am Samstag los, zack zum Zenit in München. Und dann habe ich mich mal eben so durchs Getümmel gewuselt und habe mir so ein paar Sachen angeschaut. Und dann bin ich beim Börklinern. Aufbestand. Und das, was es da gab, das war eigentlich gar nicht mal so uninteressant, das Projekt. Weil das nannte sich Internet of Plants. Internet of Plants. Ich habe vergessen, Flyer mitzunehmen. Deswegen kann ich keine Kamera halten. Aber ich habe hier ein Bild. Die Idee ist folgende. Man hat ja ganz häufig so Nerds wie mich, bei denen die Pflanzen so aussehen wie diese Chili hier. Ich habe es jetzt gerade mal gegossen. Aber sagen wir es mal vorsichtig. Sie hat es auch dringend gebraucht. Und ich hätte es vielleicht ein bisschen eher machen können. Und weil so Nerds zwar ihre Pflanzen ganz gerne mal verrecken lassen. Aber auf der anderen Seite ganz gerne mit Technologie spielen. Und eigentlich auch gar nicht wollen, dass sie ihre Pflanzen verrecken. Haben sich die Börkliner gedacht. Sie machen hier so ein Kit. Und mit dem verhindern sie das. Und damit ihr rauskriegt, wie sie das verhindern wollen. Gehen wir jetzt mal in meine Lieblings-Nachaufnahmen-Perspektive und gucken mal rein in den Beutel. Le Beutel. Hier unten noch drauf steht Internet of Plants Kit. Das ist eine Geschichte, die kriegt man glaube ich mittlerweile auch im Shop bei Börklin. Kann aber eventuell auch noch sein, dass es noch nicht ganz verfügbar ist. Weswegen, das erwähne ich gleich, da fehlen nämlich gewissermaßen was. Schauen wir doch mal, was drin ist. Also das erste, was wir hier haben, Schumpfschlauch praktisch. Dann haben wir hier Jumper-Kabel. Die braucht man auch ganz singend für das, was die da machen würden. Wir haben hier ein Stück Kabel. Das ist dieses, was ist es? Schauen wir doch mal rein. Das ist so ein Ende-Kabel hier mit insgesamt, ah, boah, saufcheln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Polen und Erdung, wenn ich das richtig sehe. Damit sollte man vermutlich die Sensoren, die hier gleich kommen, an die restliche Schaltung anschließen. Vermute ich mal so, ohne es genau zu wissen. Vielleicht haben sie es auch nur dazu gelegt, weil wir damit die Pflanzen schon zusammenbinden können oder so. Dann haben wir des Weiteren ein Brotbrett. Klassisches Breadboard, so ein kleines. Hatte ich bisher auch noch nicht. Ziemlich coole Sachen, wollte ich immer schon mal haben. Feuchtigkeitssensor. Lichtempfindlicher Widerstand. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Zudem muss ich gleich noch was sagen. Eine feiste LED, damit kann man sich eine Warnung ausgeben, wenn irgendwas im Gummel ist. Dann, ein Arduino Uno. Und zwar, ne, einen von den echten. SMD Edition. Die Franzis Version. Und das, worüber ich mich fast am meisten... Bevor ich dazu komme, hier... Einen Widerstand, geil. Einen Widerstand. Und dann, wo ich mich eigentlich fast am meisten darüber gefreut habe, weil ich es die ganze Zeit schon mal haben wollte, das ist das Ivernet Shield für den Arduino. Die Kiste, die die da machen wollen, die geht nämlich tatsächlich direkt ans Netzwerk. Sonst wäre es ja kein Internet auf Plan, sondern nur ein Sensor-Ding auf Plan. Ich denke, als erstes packe ich mal den Arduino hier raus, weil der ist wahrscheinlich noch am minder spannendsten, weil die meisten von euch schon mal einen gesehen haben durften. Hui, mit ganz viel Zeugs dabei. Wir haben hier den Arduino Set. Das ist so der ganz klassische mit dem AdMega 328. Das hat er als USB-Chip drauf. Auf einen 32U4... Genau, nee, 16U2. Mega 16U2 für einen USB-Controller. Läuft mit 16 Mega, genau das, was man kennt. Hier liefern sie tatsächlich noch ein paar Plastikpöppeln mit, damit, wenn man es irgendwo hinstellt, man es Plastikpöppeln kann. Aufkleber, sehr cool. Das Zweite, was wir mit Sicherheit alle sehen wollen, ist dieses Ethernet-Shield. Das finde ich ganz schön geil. Oh, Ethernet-Shield 2 with Power over Ethernet. Wenn ich jetzt auch noch einen Power over Ethernet-Injector hätte, dann könnte ich damit richtig was anfangen. Na nun, was ist denn das alles? Also mal der Reihe nach. Das ist das Schild an sich. Das ist ganz praktisch. Das hat auch nicht nur Ethernet, sondern da geht noch ein bisschen mehr. Es hat also hier den Netzwerkanschluss an sich. Das müsste ein 100-Ambit-Anschluss sein, wenn mich nicht alles täuscht. Dann hat es eine Reihe In- und Out. Da hängen, wenn ich das hier richtig sehe, schon etwas dickere MOSFETs auch mit dran. Das heißt, die In- und Out, die können wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr treiben, als normalerweise da geht. Es hat einen SD-Karten-Slot, damit man irgendwelche Sachen mit Micro-SD-Karten machen kann. Das ist natürlich super, wenn man einen Web-Server oder sowas draufpackt, dass man so ein bisschen Platz auch hat für die Dateien. Reset-Button ist rausgeführt. Irgendeine Leiste hier. Da muss ich mal gucken, was die genau macht. Ja, genau. Das ist halt das Schild. Dann auch hier wieder Aufkleber dabei. Und schauen wir mal, was haben wir denn hier? Ich möchte fast wetten. Ah, ja, klar. Das hier kann man, wenn ich das hier richtig sehe, auf das Schild so draufstecken. Und das ist dann mit Sicherheit der Power-over-Ethernet-Adapter. AG9600IR von Silvertil. Aber das hat hier eine fette Spule drauf. Das kann eigentlich nur der Stromadapter für das Power-over-Ethernet-Zeug sein. Ja, nice. Ja, genau. Wenn man sich die Verpackung mal genauer anschaut, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, da kann man hier diesen grauen Balken erkennen mit hier diesem PoE-Klotz drauf. Und das ist genau dieses Modul hier. Das ist das Power-over-Ethernet-Modul. Wie gesagt, mit dem winzig kleinen einzigen Problemchen dabei, dass ich halt leider Gottes nicht im Besitz der entsprechenden Infrastruktur bin. Aber ja, vielleicht ist das ja endlich mal der Grund, um mir so ein bisschen geraffelt zu kaufen in der Richtung. Wollte ich ja schon länger, aber habe mich immer finanziell nicht so recht dazu aufraffen können. Ja, die anderen Sachen sind größtenteils relativ Bananen, also das Normale, was man sich erwarten würde. Spezialität ist der Sensor hier. Das ist so ein kombinierter Luftfeuchtigkeit- und Temperatursensor. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was das genau für einer ist, auch wenn die PIN-Belegung verdächtig bekannt aussieht. Also die Typen-Bezeichnung ist RHI-150D. Ich weiß aber zufällig von der Franziska von Birklin, die hat mir erzählt, eigentlich wollten die, warte, Sekunde, jetzt, wo sind sie? Meine Sensorenkiste. Eigentlich wollten die was ganz anderes ins Packet führen. Und zwar hier, so einen schönen DHT22, wie ich es auch schon beim Schlagomaten verwendet habe. Jetzt mal rein von der Anschlussbelegung würde ich vermuten, dass das eigentlich dasselbe Ding ist. Ich weiß es aber nicht genau und ich weiß, dass es für den DHT22 eine super Library für das Arduino-Gefrickel gibt. Deswegen werde ich beim Zusammenbasteln auf jeden Fall einen von denen hier verwenden. Im endgültigen Kit ist, glaube ich, auch einer dabei. Sie hatten die nur noch nicht auf Lager für die Messe, deswegen haben sie erst mal so ein anderes Reservezeug reingepackt. Was ich ansonsten noch ganz interessant finde, ist der hier. Ich mache den mal auf. Mal gucken, gibt es da so eine fristfreie Stelle, wo das ohne eine Schere geht. Nein, gibt es nicht. Also, Schere. Hol ich ihn mal raus. Ein Fanduino-Feuchtigkeitssensor für die Erde. Vom Prinzip her eigentlich ein ganz einfaches Ding. Ihr könnt euch vorstellen, ihr habt hier und hier Leiterbahnen draufliegen, da kommt Spannung drauf. Und je nachdem, wie viel Wasser in der Erde ist, umso leitfähiger ist das. Und da ändert sich der Widerstand zwischen denen. Also, das ist ein resistiver Sensor. Was normalerweise den Nachteil hat, wenn man sowas benutzen will, dann muss man sich noch einen zweiten Widerstand schnappen und muss sich einen Spannungsteiler aufbauen. Und mit dem Spannungsteiler kann man dann eine Spannung messen. Das ist hier auf dem kleinen Sensor schon gemacht worden. Ich halte es mal näher dran, dann könnt ihr das hier ganz genau sehen. Was hier drauf ist, also ohne es genauer zu sehen, das hier sieht aus wie eine LED. Das ist nur die Power-LED, die interessiert uns nicht. Aber wir haben hier noch einen Widerstand und wir haben hier einen kleinen Transistor, wenn ich das richtig sehe. Genau. Der Pluspol geht hier rein. Der Minuspol geht hier hin. Und den Rest haben wir hier über die Widerstände. Ja, genau. Das heißt, letztendlich ist das da wahrscheinlich nur ein Transistor, der für die Steuerung der LED zuständig ist. Aber der zweite Widerstand, den man braucht hier, damit man Spannungsteiler hat, der ist bereits mit auf dem Board drauf, so dass man hier auf dem Pin Signal, auf dem kann man dann direkt eine Spannung zwischen 0 und 5 Volt abgreifen, so dass man da so ein bisschen weniger Bescheidungsgefrecke hat. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ja, kann man sich ansonsten auch aus zwei Nägeln und einen Widerstand bauen. Aber er ist natürlich cooler, wenn man den hier so hat. Der sieht auch ganz hübsch aus. Dann würde ich mal sagen, wir schreiten einfach mal zur Assemblage der einfachsten Grundteile dieses Systems. Also das, was man so sofort als erstes braucht. Fangen wir natürlich mal mit dem Arduino hier an und mit dem Ethernet-Shield. Das ist übrigens mein erstes Shield, das ich für ein Arduino besitze. Das Teil zusammenzubasteln ist relativ einfach. Das kriegt jeder hin. Die steckt man nämlich einfach aufeinander. Vorausgesetzt, man hat nicht so wie ich gerade eben mit dem Material da das Teil ein bisschen verbogen. Passt. Jetzt haben wir den Arduino zusammengesteckt. Strom kriegt er nachher über USB. Notfalls könnte ich ihm hier auch über die Buchse was geben. Netzwerk hier. Arduino fertig. Das ging einfach. Als nächstes brauchen wir hier unser Brotbrett. Und dieses Brotbrett versorgen wir jetzt mal vom Arduino aus mit Spannung. So ist das hier gedacht. Und zwar, weil ich eine gewisse Vorliebe dafür habe, sowas ordentlich zu machen, teile ich diese Dinger hier. Sodass ich einen schwarzen und einen roten kriege. Weil ich habe sowas gerne mit den richtigen Farben. Der schwarze hier. Der rote kommt am Arduino auf die plus 5 Volt Leitung. Das ist ganz nett, dass das hier bei den echten Arduinos, also nicht bei den China-Klonen an der Seite auch alles bestiftet ist. Kann man ziemlich wenig falsch machen. Angepappelt. Und jetzt können wir auf unserem Redboard Sachen machen. Und zwar würde ich sagen, naja, womit fangen wir denn mal an? Fangen wir doch mal hier mit dem mit dem Fotosensor an. Und zwar deswegen, weil er mit Abstand das komplizierteste Teil ist. Den stecke ich einmal hier zwischen 5 Volt, zwischen Masse und irgendwas auf dem Redboard. Dann schnappe ich mir den einzelnen Widerstand, den ich vorhin gesehen habe. smörebrö, smörebrö, ramm, pamm, pamm, pamm. Hier, einzelner Widerstand. Befreie ihn von seinen Pappecken. Biege mir das ein bisschen zurecht. Und baue mir einen Spannungsteiler. Dazu gibt es ein Video von mir. Das verlinke ich. Und genau in diesen Spannungsteiler rein stecke ich ein Datenkabel und das geht hier an den analogen Eingang. Da nehme ich doch einfach mal A0-Zap. Damit ist der erste Teil des Internet-of-Plant-Kits verbaut. Und zwar haben wir jetzt schon mal einen Lichtsensor, der korrekt mit dem Arduino verbunden ist. Das nächste wird der Kollege hier. Ich würde sagen, der Einfachheit halber stecke ich den mal vorläufig auf Spreadboard. Sieht total schick aus. Und zwar deswegen, weil die Kabel, die hier dabei sind, die sind an beiden Seiten männlich. Wollte ich den hier direkt mit dem da verbinden, dann müsste ich eigentlich auf einer Seite weibliche haben. Haben wir nicht. Also machen wir es einfach mal so. die Stromversorgung von den Bärchen geht einmal auf Minus frickel die dumm und einmal auf Plus. An der Stelle habe ich jetzt die Farben der Kabel nicht ganz so schön. Und die dritte Leitung, ich zeige euch das mal hier, die sind sogar bestiftet. Da seht ihr so ein S bei dem, wo ich noch nichts gesteckt habe. S steht für Signal. Und da kommt dieses Kabel in Signalfarbe rein und das geht direkt in einen weiteren analogen Eingang, nämlich A1. Jetzt haben wir bereits einen Feuchtigkeitssensor für die Erde und einen Lichtsensor fürs Licht. Und das nächste, was ich jetzt mache, ist mir das Datenblatt für den DHT22 suchen und den DHT22 verbauen. Eteilige Planänderung aus aktuellem Anlass. Ich werde diesen DHT22 erst morgen verbauen. Und zwar deswegen, weil mir jetzt die Zeit fehlt. Ich habe gerade eben mit diesem Öhrchen hier eine leise Stimme gehört. Es war der Ruf nicht der Wildnis, sondern eines weiteren Geschenks von der Firma Birklin. Mal ganz ehrlich, wie geil ist das? Werbegeschenk Bier. Das ist ja also geradezu optimiert für mich, aber nicht extra für mich. Das Coole ist nämlich, der eine von den beiden Birklin Chefs, der hat eine Brauerei in Tölz. Das ist Tölzer Mühlfeldbräu. Und irgendwie all diese Bastelei da unten, die hat mir gerade das Gefühl gegeben, dass ich jetzt ganz, ganz dringend dem Tölzer Mühlfeldbräu zusprechen muss, bevor es hier weiter geht. Insofern. Und jetzt gehe ich vorlautspielen. Neuer Basteltag, neues Glück. Hier ist das Datenblatt von dem Biest. Und da haben wir die PIN-Belegung von unserem Gedingsel. Ja, genau da ist sie. Das heißt, mit diesem Wissen können wir jetzt loslegen und den auf den stecken. Ihr könnt euch direkt da unten angucken. Wir stecken also unseren Sensor hier drauf und geben ihm die drei Leitungen, die er braucht. Es sind nämlich nur drei Beleg davon. Und zwar der ganz linke PIN ist 5 Volt. Das ist hier. Genau. Das ist 5 Volt. Also ziehen wir den hier rüber. Dann der direkt daneben ist das Datensignal. Das packe ich hier mal irgendwo an den Arduino dran. Nehme ich den A2. Und das Letzte, was wir haben, ist der dritte PIN hier. Und der ist Masse. Klick. Und damit hätten wir das Birklin Internet Internet of Plants Kit komplett assembliert. Ja, komplett bis auf eine Kleinigkeit, nämlich die LED hier. Aber die schließe ich jetzt nicht an. Die ist sinnbefreit, wenn ich sowieso irgendwie einen Alert von dem Gerät übers Netz kriegen kann. Vielleicht mache ich noch was. Schauen wir erst mal, wie sich das mit der Software verhält. Da hat nämlich zum Glück der nette Tariq, der auch den Workshop gemacht hat auf der Make. Der ist übrigens vom Maker Dings Maker Bla in Kairo. Recht netter Ägypter, junge Mann. Und der hat schon was vorbereitet an Code. Und das ziehen wir uns einfach mal von GitHub runter und schmeißen es hier drauf und gucken mal ob es einfach so funktioniert. Das hätte ja was. Ich bleibe weiterhin zu faul um einen richtigen Screencast zu machen. Ihr müsst jetzt hier mit Kameragedulds. Also der Mockeda von der Make Munich wie gesagt der hat ein Repository bei GitHub angelegt. Ich verlinke es auch hier unten drunter aber ansonsten einfach mal bei GitHub nach Internet auf Plan suchen dann findet ihr genau das Repository. Was ihr damit macht ist ihr müsst das erst mal mit GitHub rausklonen. Das habe ich hier schon mal alles gemacht. Der Befehl dazu wo ist es dann genau das ist hier geht ein Entwicklungsverzeichnis git klonen und so weiter geht bestimmt unter Windows irgendwie anders aber ich habe hier nur Linux und nachdem man das rausgeklont hat findet man in dem Arduino Projekt in dem Ordner die man geklont hat der sieht so aus findet man einmal Arduino Code kommen wir gleich dazu dann sind hier noch ein paar Diagramme drin die zeigen wie man die Sensoren anklemmt und zu guter Letzt und das ist ganz wichtig findet man hier noch so eine Library die man braucht das ist die Library für den Temperatur und Feuchtigkeits Sensor den ich verwende diesen DHT22 und zwar was man und den kopiert man in sein Arduino Verzeichnis ins Unterverzeichnis Libraries sodass das hier drin liegt und dann startet man die Arduino IDE neu Letzter das nicht macht dann wird das Include nicht gefunden das nächste was man jetzt tut ist dass man seine Arduino IDE öffnet das habe ich schon gemacht und mit öffnen dann ich gebe mal das Ding rein bei diesem Projekt das man geladen hat in Arduino Code IOP Firm V1 ist eine Inno Datei also eine Sketch die öffnet man und dann hat man das hier ganz wichtiger Hinweis Arduino 178 mit der etwas älteren 165 oder was ich davor hatte gibt ziemlich winziges Problem das hat diese Ethernet 2 Library noch nicht drin die kann man sich zwar auch extern beschaffen aber einfacher wenn man es einfach so macht ich habe hier im Grunde genommen den Code von Tarek es ist nur so dass ich da ein paar Sachen geändert habe irgendwo war noch ein kleiner Bug drin und des Weiteren habe ich mir die Feinds reingeworfen für Ethernet und Serial habe jetzt erstmal Ethernet ausgeklickt und habe unten alles was irgendwie mit Netzwerk zu tun hat das sieht man hier so Start Ethernet Aufruf und sowas habe ich mein Gebilde hier also das da schon mal testen kann ohne dass ich dafür gleich die Netzwerkanbindung brauche vor allem auch deswegen weil ich gerade gar kein Netzwerkkabel oben habe das müsste ich mir jetzt also mache ich nachher was man macht wenn man das gemacht hat ist dass man auf den Compiler Button mal drauf klickt dann sieht man dass das auch alles funktioniert irgendwie zumindest nachdem man irgendwelche Bugs gefixt hat die und wenn man das gemacht hat dann schmeißt man das auf seinen Arduino hoch jetzt sieht man hier unten ich habe da mit dem fetten Output den ganzen Kram gemacht sieht man hat funktioniert und das sollte jetzt laufen schauen wir doch mal und zwar mache ich diesen Serialmonitor mal auf und was sehen wir hier ich so mal rein wir kriegen hier Messwerte juhu ja also das ist auch immer runterscroll wenn ich jetzt mal hier mein Board nehme hier so sieht das aus ich mache jetzt mal ein paar Dinge wie machen wir das das mal in hier runter so sieht man es dann ungefähr ich fasse jetzt zum Beispiel mal hier diesen Moisture Sensor an das ist ja so ein resistives Ding das heißt wenn ihr jetzt das nächste Mal misst ja Sol Moisture 23 weil ich hier feuchte Finger habe das hat er gemessen des weiteren der Leitsensor steht jetzt auf 5 jetzt tue ich mal auf den Leitsensor meinen Finger drauf dann seht da hinten Leitsensor ist auf 6 Leitsensor ist auf 19 ok der funktioniert auch und hier der Temperatursensor der zeigt jetzt 20,3 Grad jetzt fasse ich 20,4 feuchtigkeit steigt sofort also die Sensoren tun alle das Arduino Board tut jetzt ist der nächste Schritt wir brauchen diesen thingspeak kram ich habe jetzt hier ein Ethernet kabel dran da sieht man es da ist auch hier blink link und die Webseite die ihr seht ist thingspeak dot com das ist einfach so eine Seite wo man sein Internet of thingspeak daten hin posten lassen kann relativ einfach und die haben dann so kleine visualisierungen und so was wir jetzt machen ich habe mich da angemeldet einen neuen account den habe ich mir gerade angelegt und jetzt legt man einen sogenannten channel an den nenne ich jetzt mal birklins iop fuba das ist das Zeug von der make und ich habe ich zeige euch das gleich im Code insgesamt vier sogenannte Felder da drin das erste Feld das sieht man dann hier unten in der Methode hier er hat am Anfang den erdfeuchte dann hat er licht dann hat er temperatur dann hat er feuchtigkeit also erdfeuchte dann haben wir licht dann haben wir temperatur und dann haben wir die feuchtigkeit den ganzen anderen krank kann man weglassen ich mache das jetzt mal public dann kann ich euch nachher die url geben und ihr könnt euch das anschauen und dann speichere ich das ab klick und jetzt habe ich hier einen channel die haben hier gleich mal so visualisierungs dinge angelegt die kann man sich so hin und her ziehen das mache ich jetzt mal damit man das gleich besser sehen kann jetzt haben wir die alle schon auf dem Bildschirm und was hier ganz wichtig ist das ist wenn man hier in diese API keys geht da gibt es diesen write API key zu dem Zeitpunkt wo ihr das hier seht in dem Video habe ich den natürlich schon geändert das ist klar und diesen write API key muss man im Code da oben eintragen genau jetzt ist eingetragen er updatet alle 16 sekunden das liegt schlicht und einfach daran dass Thingspeak nicht mehr updates zulässt aber ansonsten müsste der Code so wie er jetzt ist eigentlich bereits funktionieren und zu Thingspeak posten können ich habe es jetzt hier mal so gemacht dass mein Ethernet an ist das Serial Debugging habe ich ausgemacht und das Ding das kompilieren wir jetzt und flashen es auf unser board und wenn das board dann irgendwann mal voll geflasht ist dann machen wir den seriellen monitoren und dann sehen wir der Arduino verbindet sich er hat sich bei mir im Netzwerk verbunden ich tue das mal hier rüber um es besser sieht und das dauert jetzt ein bisschen ja der Code ist so gemacht dass der seine wartepause zuerst macht da gibt es ja so lange hier die andere Geschichte und jetzt sehen wir er hat was gepostet und es ist bei Thingspeak angekommen und wenn ich jetzt mal hier auf diesen private View von dem Thingspeak Channel gehe dann sehen wir hier unsere ersten Messpunkte und hier 16 Sekunden oder was hat da dauert bis der Muckel hier wieder gepostet da hat er seinen nächsten und wenn ich jetzt hier mal reloade dann sieht man gleich zack zack der hat hier richtig schöne Kurven also ich tue jetzt hier zum Beispiel mal beim Licht meine Hand drüber das ist der hier und wenn es da drüben das nächste Mal scheppert sollte sich hier was tun hallo scheppern jawohl jetzt hat es gescheppert und ja ich habe nicht richtig zugehalten ich mache ihn jetzt mal richtig zu also was man hier sieht man kriegt bereits so mit den einfachsten Mitteln ohne dass man sonst großartig was tut seine Sensorwerte sehr sehr hübsch auf die ThinkSpeak Seite und es funktioniert hervorragend also einfach nur mit dem was die Böcklin Leute geliefert sind wir jetzt fertig ne Kinder fertig sind wir noch lange nicht und zwar aus dem ganz einfachen Grund wenn ich das Ding hier nochmal hochhebe das hier kann ich ja wohl schlecht in meinem Blumentopf stecken das heißt wir brauchen hier noch ein wenig Handarbeit damit das Ding so richtig handzaam wird und die Handarbeit die seht ihr dann von mir mit einem anderen T-Shirt weil ihr seht hinter mir es ist draußen dunkel und ich habe Bier ich habe Fallout 4 ich fürchte ich muss jetzt erstmal eine Pause einlegen ihr kennt das ja schon von diesen Videos ihr werdet das Gefühl haben das wäre so klappt das ok einen Tag später anderes T-Shirt um es zu überweisen und ich habe getan was ich versprach ich habe Platinchen gebaut das ist jetzt nichts besonders spannendes ich habe die verschiedenen Sensoren einfach mal hier auf Lochraster gebracht ich habe auch die LED tatsächlich drauf gemacht ich habe jetzt in der Software noch nichts mit der LED aber vielleicht kann man sie ja mal benutzen um Fehler anzuzeigen Rückseite sieht so aus wie man sieht obwohl ich ohne einen Plan gelötet habe sondern einfach mal so drauf los habe ich hingekriegt dass ich das ist jetzt das Setup so wie sich gehört und ich würde sagen das benutzen wir jetzt mal so meine Kinder hier seht ihr eine Chili Pflanze die ist schon ein bisschen schlapper die könnte ich mal wieder gießen und hier haben wir unser Internet of Plants Thingy und das pflanzen jetzt mal richtig gescheit hier rein und naja das müsste jetzt eigentlich schon was tun und ich würde sagen ich gehe mal wieder mit euch auf den Monitor wo man sehen kann was es an Thingspeak übermittelt hier sehen wir jetzt die Kurven von Thingspeak also man sieht den Zeitpunkt wo ich jetzt angeschaltet habe das ist das wo plötzlich Messwerte reingekommen sind seitdem gab es schon ein paar Updates wenn noch nicht viele und was ich jetzt mal machen verpasse das heißt hier müssten wir dann eigentlich so beim Refresh danach langsam mal irgendwie einen Wert sehen ich gieße das Tierchen mal also ich kippe hier gerade Wasser rein man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen dass das nicht die Platine direkt erreicht und zusifft ist ja alles noch nicht irgendwie mit einem Lack oder so geschützt das muss ich und wir warten oh ja da sieht man schon nächster Messwert Erdfeuchte 50 das ist ja ganz hervorragend und Licht hat sich nicht viel geändert Temperatur bleibt so im Bereich aber die Luftfeuchtigkeit wenn ihr mal nach unten rechts schaut die ist ziemlich angestiegen und das liegt an zwei Sachen nämlich einerseits daran dass die gesamte Konstruktion jetzt so ein bisschen in so einer Wasser für steht ist natürlich für die Luftfeuchtigkeit was und die andere Sache ist ich rede gerade mehr oder weniger direkt auf diesen Feuchtigkeitssensor so dass der die Feuchtigkeit aus meiner Atemluft auch wahrnimmt ich gebe ihm mal ein bisschen mehr davon ich atme auf den Sensor scheiße dass der nur alle 16 Sekunden updatet ja und da sieht man zack meine Atemaktivität auf dem Sensor hat ganz tierisch die Feuchtigkeit hochgetrieben in der Luft funktioniert alles das kann ich jetzt in der Chili stecken lassen um zu gucken wie es hier so geht ATL ist nicht der einzige Sender bei dem irgendwelche unwürdigen Zeh-Promis zwischen irgendwelchen halbvergammelten Pflanzen rumdengeln ich kann das auch hier Internet of Plants von Birklin hat funktioniert ist ein ziemlich cooles Kit ich möchte mich hier nochmal bedanken bei den Birklin Leuten weil ich hatte jetzt am Samstag Geburtstag am Sonntag war ich auf der Make und die lieben Leute die haben mir so ein Kit da geschenkt das kostet normalerweise gar nicht mal so wenig Geld also ich glaube der Messepreis sollten 120 Euro sein ich weiß nicht für wie viel sie es regulär verkaufen aber es ist es eigentlich auch wert weil ich meine es sind die aufeinander abgestimmten Sensoren es ist das Iran Ed Shield das ist ein originaler Arduino ist schon okay also ich denke mal ich hätte eigentlich erwartet dass es so ungefähr 100 kostet aber man darf ja auch nicht vergessen Birklin ist jetzt nicht gerade ein Laden der speziell so auf Kits und ihren Vertrieb aus ist die haben da wahrscheinlich einfach auch nicht so wie ihm auch sei dafür dass man lauter Teile kriegt die 1A zusammen passen und auch so ein paar coole Sachen zum Beispiel den Feuchtigkeitssensor mit den bereits aufgesteckten Teilen so dass man da keine Spannungsteile mehr braucht das ist schon okay und ja ist super cool geiles Projekt hat mir sehr gut gefallen nächster Level statt dem normalen Arduino mit dem Ethernet Shield mal so ein ISP 2 866 Arduino dran klemmen was soll ich noch labern ich will nicht labern ich gehe jetzt ein Bierchen trinken morgen schneide ich das spätestens am Wochenende kommt es ins Internet und bis dahin Tschüssing